Ich bin Manuel Alessbach, komme aus Grosso St.Gallen und habe WorldSkills in Abu Dhabi im Trade IT Software Solutions for Business die Goldmedaille gewonnen. WorldSkills sind eine einzigartige Erfahrung, die sicher alle Kollegen bestätigen würden. Das ist riesig, sei es von der Zahl der Teilnehmer oder vom Wettkampf her, wäre ich immer so schnell vergessen. Der Vergleich der Aufgaben der WorldSkills zum Berufsalltag war sehr nah an der Praxis. So konnte ich während der Arbeit auf die WorldSkills trainieren. Ich habe mich auch wohlgefühlt am Wettkampf. Die letzte Übung in der Vorbereitung auf WorldSkills hatte Manuel einen Zeitrahmen von 7,5 Stunden. Ich habe ihm ein bisschen das Mätzchen erlaubt, ihm eine Zeitvorgabe von 5 Stunden zu geben. Er hat nicht einmal 5 Stunden gebraucht und stand bei mir und sagte, er sei fertig. Er hat die Aufgabenstellung mit Bravour erfüllt. Dort war für mich klar, dass er auch so paradig ist, dass er auch den Titel holen wird. Der schönste Moment der WorldSkills war sicher der Wettkampf und auch die Rangverkündigung. Auf dem Podest habe ich es noch gar nicht richtig realisiert, dass ich jetzt gewonnen habe. Ich war vorher froh, dass ich aufgerufen worden bin, dass ich unter den ersten drei bin. Und dann habe ich abgeschaltet und gar nichts mitbekommen, was passiert.